Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Jump League, heute mit einer Challenge und zwar dürfen wir immer nur ein Teil aus den Kisten nehmen, auch im Deathmatch. Genau. Das war jetzt mal schnell erklärt, weil dieser Part natürlich so ist, dass es hier direkt an die Kiste ist. So, was nehme ich mir dann hier raus? Ich habe mir den Helm rausgenommen. Ich auch. Ich habe einen Kettenhelm. Da war auch noch eine Brust drin, weil wir haben gerade eben schon mal aufgenommen. Da kam ich mit Kettenschuhe und Kettenhelm ins Deathmatch und da ist es laxt. Jetzt nehme ich hier die Brust raus. Ja, ich auch. Eine Goldbrust. Immerhin besser wie gar keine. Da war es aber auch Essen drin und so. Das ist so. Vor allem, wenn du so, ich hatte eben eine Kiste, da waren zwei Vertauberungsbücher, ein Zaubertisch, eine Eisenhose, ein Steinschwert. Ich konnte nur einen Teil davon halt rausnehmen. Ja. Und wenn Sachen hier drin gesteckt sind, dürfen wir die auch so rausnehmen. Generell alles nur was in einem Feld drin ist, sozusagen. Ja, gesteckt ist das halt. Nicht nur, wenn da Brot, dann nochmal das gleiche Brot, aber woanders da drin liegt in der Kiste. Dann sollten wir das nicht rausnehmen. So, jetzt nehme ich hier erstmal. Boah, man kann doch mal so eine Challenge machen, dass man gar nichts zu essen mitnehmen darf. Ja, wahrscheinlich ey. Geil, und dann habe ich diesen Scheißpunkt nicht geschockt. So. Ich habe eben schon fast eine volle Rüstung. Ich bin durch den Block gefallen. Ich finde nur noch Schuhe. Ist das schön. Ja. Ach ja, und wenn bei Menschenmodulen keine Kiste ist, dann dürfen wir... Bei der nächsten Kiste zwei Sachen. Genau. So als Entschuldigung. Schatz. So, jetzt nehme ich ein Brot mit raus, weil die anderen Sachen habe ich eh schon. So, das ist natürlich etwas knifflig. Man muss jetzt überlegen halt, was nimmt man raus? Ja, was ist taktisch besser halt, ne? Man muss natürlich auch Glück haben, dass man in den nächsten Kisten besseres Zeug darin hat, als zum Beispiel die Eisenzeuge oder sowas. Sonst hast du nachher, kommst du mit so einer richtig Kackrüstung an. Genau. So, was nehme ich hiermit immer essen? Essen geht immer vor. Pfeile brauche ich nicht, weil dann müsste ich ja noch einen Bogen haben. Und Pfeile darf ich auch, wenn nur einen wir rausnehmen, außer die sind gesteckt. Genau. So, und jetzt nehme ich... Ja, Schuhe. Ach komm, Schuhe bringen nicht so viel Rüstung, deswegen nehme ich lieber ein Stück Fleisch mit raus. Ich nehme die Eisenachse mit. Ja. Wir dürfen natürlich dem anderen auch was mitbringen. Das heißt, wenn ich jetzt in der Kiste zum Beispiel Sachen habe, die ich alle schon habe, aber die nichts zum Beispiel nicht hat, kann ich da auch vielleicht für den Oberteil oder so. Ja, aber du hast trotzdem nur einen Teil rausnehmen. Ja, natürlich. Ist das für dich oder für mich? So, jetzt nehme ich hier die Ketten, das Kettenhemd mit, falls du kein Hemd hast, ich habe ein Goldhemd noch. Aber du hast das ja gehabt, ne? Aber egal, nehme ich trotzdem mal mit. Noch ein Stück Fleisch raus. Ich hätte natürlich auch Pfeile rausnehmen können, aber ich habe keinen Bogen. Und man schießt ja auch weniger mit dem Bogen. Ach Gott, ey. Ich würde sagen, ich kann mit der Eisenachse nie umgehen, ne? Ja. Das ist aber auch das Gefühl, weil du kannst halt nicht Blockketten und äh... Ja, was war der Rat für ein Knall? Ja, die hat immer die Türe geknallt, würde ich sagen. Das habe ich irgendwie gehört, als ob jemand bei uns auf dem Dachboden ist. Ja, natürlich. Ja, was denn natürlich? Es gibt ja auch so viele Türen. Eine Eischen. Ich nehme mich da nicht mehr mit, ich habe... Aber die Eisenachse hast du ja hier drin. Ja. Oh, da ist eine Eisenhose drin, die nehme ich mit. Ich habe... Ist noch eine Goldhose für dich, falls du noch keine hast. Ja, ja, ich habe noch keine. Da war jetzt auf jeden Fall... Jetzt kommen die Kisten natürlich, wo die... Ich nehme doch aus dich mit, weil... Weil wir wissen nie. Nein, wir will ich nicht mitnehmen. Hab ich, aber da war eh nichts anderes drin. Weil, wer weiß, du musst ein Level, du musst ein oder zwei Level haben. Das ist das Problem. Oh Gott, nein, dann... Ja, da war aber nichts anderes drin. Guck mal, das Modul. Das werde ich nicht schaffen, das neunte. Erst mal gucken, das haben wir schon öfters geschafft, ey. Ich habe immer noch die Holzachse. Ja, ich habe ja eine Eisenachse. Ja. Ich habe auf jeden Fall schon mal, sagen wir mal, eine gute Rüstung. Ja, ich nicht. Ich habe nur ein Goldhelm und eine Kettenbrust. Das war's. Und ich will jetzt nicht, ich habe nur zwei essen. Ich habe zwei Schweinefleisch und Hühnchen und ein Brot. Ich kann einfach wieder nicht springen. Du hast eine Eisenachse für mich, ne? Ja, habe ich. Dann nehme ich mir die Eisenschuhe raus. Heute geht dieser Part noch mal jetzt vorbei, dass ich auch springen kann. Boah, jetzt muss ich diesen Sprung hier schaffen. Nein, natürlich nicht. Ich weiß nicht genau, wie man da steht, ey. Ich bin auf jeden Fall, habe auf jeden Fall zwei Eisenteile und einen Kettenteil und Goldoberteil. Ja, das ist auf jeden Fall viel besser ausrüstet als ich, ey. Ja, das ist halt so. Ich kann hier nicht springen, das ist auf jeden Fall ziemlich nervig, geil. Ja, man kann hier nie springen. Nee, ich habe wieder Tastatur. Ja, natürlich, ich habe einfach die Klappe mit der Tastatur. Ja, ich bin gerade nur geradeaus rüber gelaufen, auf wo ich gedrückt habe. Und das war noch nicht der Sprung, das war noch vom Shakepot aus. Oh, das ist so ein scheiß Modul. Ich mag das überhaupt nicht. Ich auch nicht. Und seit diesem Modul haben die alles Module gemacht, wo immer nur zwei Blöcke ist und da drüber, so wie hier halt, so wie hier halt, dass man da nie springen kann. Ja, ich kann die ganze Zeit schon nicht springen. Das ist auf jeden Fall geil. Oh mein Gott, ey. Der erste Sprung schaffe ich mittlerweile ein bisschen mehr, aber seitdem überhaupt nicht mehr. Oh Mann, ey, bitte schaff dieses scheiß Modul jetzt hier. Ja, ich habe den geschafft. Ich habe eine Eisenhose. Ich bin erst mal kurz zur Kiste gesprungen. Oh Gott, das ist ein neues Modul. Das kenne ich schon, das ist einfach. Ich kenne das nicht. Glaube ich. Doch, oder? Doch, kenne ich wohl. Das habe ich mit dir, haben wir sogar in einem Video gehabt. Oh, ich war schon so weit, ey. Oh Mann, ey, wo ist die Kiste da oben drauf? Ich bin ja in die Kiste dran. Oh, ich nehme Eisenbrustpanzer mit. Ich habe richtig gute Sachen bekommen. Ja, ist das schön. Ich nicht. So, weh, ich schaffe diesen Sprung jetzt hier nicht zu dem... Nein, ey, ich konnte wieder nicht springen. Ich gehe einfach mittendrin wieder aus, die Tastatur. Ich habe das Modul, ich sehe die Eisenschuhe eben aus. Ja. Ja, geil, dass ich einfach wieder nicht springen kann die ganze Zeit, ey. So, ich stehe vor dem Checkpoint. Ich habe für dich jetzt noch eine Goldbrustpanzer, eine Eisenhose hattest du, ne? Ich habe eine Brustpanzer schon. Also Goldbrustpanzer hast du. Nein, 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 nein. Was? Goldbrustpanzer hast du. Ich habe einen Kettenbrustpanzer sogar. Okay, du hast eine Goldhose? Ja, äh, Eisenhose sogar. Okay, dann habe ich noch Eisenschuhe für dich. Wir müssen am besten jetzt drauf springen, damit die anderen keinen kriegen. Ja, nee, warte, warte, ich kann das mit du hier noch springen. Hast du die Kiste schon bekommen? Ich kann einfach mit dir nicht springen. Hast du die Kiste schon bekommen? Ja, bei dem mit du habe ich die Kiste schon, mein Gott. Da habe ich die Eisenhose her, habe ich doch eben gesagt. Ich warte noch bis, äh, bis... Warte, warte, der Typ schafft das nicht. Die schaffen das alle hier nicht. Aber ich habe das ganze Zeit fast geschafft, ey. Das Problem ist, wenn ich den Sprung nicht schaffe, habe ich keine Zeit mehr. Ich gehe auf jeden Fall bei 10 Sekunden drauf. Ja. Also bei 1,10. Nein, geht doch schnell. Doch, wenn ich den Part nicht schaffe, muss ich das nochmal neu machen. Ja, und? Man muss sich unbedingt die Checkpoint haben. Ja, geil. Ja, ich hätte noch den anderen ganzen Scheiß auch schaffen können. Natürlich bin ich ein Hacker direkt. Einfach Instant Hacker. So, hoffentlich stehen wir jetzt nebeneinander. Ich habe kein Essen. Ich habe Essen. Hier, schnell gib mir die Axt. Wir sind beide ganz so gut ausgerüstet. Ja, ich bin überhaupt nicht gut ausgerüstet. Also gib mir mal deine Schuhe. Also ich bin so gesehen full iron. Ich habe nur zwei Essen. Ja, ich habe auch nicht viel. Wir müssen mal gucken, dass wir wenig sprinten. Äh, springen meine ich. Sprinten dürfen wir ja schon. Wir dürfen ja... Der ist alle gespawnt. Oh, der scheint wohl Disconnect haben. Der Kritiker. Ich. Na klar. Da drüben. Das ist natürlich jetzt... Okay, wir hatten... Ich bin eben ein deutlich schlechterer Restrum reingekommen. Ich hatte zwar auch ne Eisenachst, aber... Das hier hatte ich nicht an. Und das auch nicht die Diaschuhe. Oha, das sind ganz viele. Aber hier steht dann ne Afka. Eine Sache darf ich rausnehmen. Ich nehme... Essen mit raus. Oh Gott, jetzt ist er damit ein bisschen. Ja, mach nix. Typ, ne? Äh... Ich wurde abgestoppt und der andere Typ hat nix gemacht. Oh Gott, das eine mit ne gute Rüstung. Aber ich habe da auch ne gute Rüstung an. Nein, AngelPvP. Nein! Nein! AngelPvP. Ich hasse diesen scheiß AngelPvP. Scheiße. Ich habe Essen-Klisse genommen. Der hat das ja auch Eisenrüstung. Da liegt ein Schwert. Da hat jemand einen Steinschwert hingeschmissen. Ja, geil. Ich hasse AngelPvP da. Wo bist du? Bei den AngelPvP-Leuten. Okay, die waren irgendwo hier. Ja, geil. Die haben mich da umgebracht. Hey, mein Kompass hängt die ganze Zeit irgendwo hier hin. Mein Kompass spinnt, glaube ich. Ich habe nur noch ein Leben, ey. Oh, toll. Jetzt auf jeden Fall ziemlich geil hier. Was soll ich hier mitbringen? Eisenschuhe? Ja, hast du. Äh... Eisener Oberteil oder Helm. Ne, ja. Was hast du für einen Helm? Gold. Ja, komm. Ist das andere, ist egal. Wo bist du denn jetzt? Ähm... Ich bin da, wo dieses... Dieses... Teile halt ist. Ja, geil. Ich will sterben. Ich will einfach sterben. Ach so, du bist da. Wo diesen... Okay, ich komme da schon hin. Ja, ich habe nur noch ein Herz... Äh... Zwei Herzen. Was heißt, wie kommt man da hin, ey? Ja, ich laufe gerade weg, ne? Und ich nur... Ja, ich bin gleich tot. Zwei Herzen. Ich höre... Und die boosten sich. Schnell hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Die laufen mir weiter hinterher, weil ich natürlich noch... Wenn ich Leben habe. Oh, was für Abfucker, ey. Oh, scheiße, ich habe dich gekillt. Ja. Ich habe den einen. Ich gehe auf jeden Fall. Den zauberte ich mit raus. Oh, ich habe den... Komm, stopp, stopp. Oh. Oh. Ja, so musst du ihn auch beide noch mal killen, ne? Sogar einen, zwei, drei. Nein. Nein. Ich habe verloren, ich habe verloren. Ich habe sowas schon verloren. Ja, das wollte ich sagen, das war es mit der Aufnahme. Das wolltest du mal rauspiepen, ne? Was du gerade gesagt hast. Du kannst das machen. Ich weiß nämlich nicht, wie es funktioniert. Oh Gott, der ist so... Du musst deinen Ton nicht mehr rausschneiden. Du musst den Ton nicht mehr rausschneiden. Du brauchst einfach nur noch einen Piep rübersetzen. Ist mir egal, das machst du. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, ich bin sowas von gestresst jetzt, weil das ist wirklich... So, ich trete mal. Doch. Wir haben schon fünf... Ja, das hat einfach genervt. Ich hasse diese Leute mit Angeln. Das ist einfach so ekelhaft, diese Angel. Du kannst einfach nichts dagegen tun, weil die dich immer irgendwo hinschubsen oder halt dir immer so die Kombo damit geben. Das hasst du. So ist das halt, ne? Ich bin froh bei 1,9. Da bin ich wirklich froh, dass diese Angel limitiert wird und nicht so mehr benutzt werden kann. Da bin ich so froh drüber. Okay, wenn es euch gefallen hat, würden Sie uns über eine positive Bewertung freuen. Dann macht es gut. Bis später, bis morgen, wann auch immer. Und tschüss. Ciao.